Fantastisch, sie entführt einen in andere Welten, auch wenn man die Worte nicht spricht, denn man kann die Sprache nicht. Donia Tuglo ist eine in Togo, Westafrika geborene Sängerin, Songwriterin, Performance-Artist und Künstlerin und sie sieht sich selbst und fühlt sich als ein multidimensionales Wesen, das eine Erdling-Erfahrung macht. In ihrer Musik verbindet sie den Klang mehrerer Welten und Donia Tuglo ist eine von Natur ausgeborene Botschafterin für die Verbindung von Herzen, Kulturen und Seelen. Da passt sie doch wunderbar auf diese Bühne. Bitte ein Applaus für Donia! Hallo, 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 hallo. Ja, ich habe kurze, knackige zehn Minuten. Ich danke, hier sein zu dürfen. Es ist immer wieder sehr berührend und jedes Mal, wenn ich bei so Demonstrationen oder Kundgeben bin, habe ich Herzschmerz, habe ich Seelenschmerz. Und da möchte ich gerne meine Spirits, meine Ancestors und alle guten Geister hierhin rufen, damit sie uns beistehen bei unserer Aktion und unseren Gedanken. Der erste Song, den ich singe, heißt die Tour. Der erste Song, den ich singe, heißt die Tour. Der erste Song, den ich singe, heißt die Tour. Der erste Song, den ich singe, heißt die Tour. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Der nächste Song